ja willkommen mein name ist an die wb und ich begrüße euch zurück zuletzt play star wars battlefront 2 es folgen wenn man ein paar gefechte zum ersten mal machen jetzt will ich sagen geht es wieder ab in den galaktischen angriff guck mal erwartet uns da wieder erwartet schön und direkt eingefunden so muss das eine nimmt wahrscheinlich für den ganzen park auf eine schlacht aber was soll es dann macht am meisten bock für mich kaschik da waren wir auch noch nicht ausgezeichnet hauptsache neu im app oder so muss man den ganzen karten und so kennen gerne die sternen karten die auch aber dingens maps karten die level planeten ich wollte noch nichts hier auswählen bei mir ein bisschen lauter unter die langstellung ja ich kann mir schon denken aber machen müssen wieder hier wir müssen das ding beschützen das wird nicht so wir müssen was erlegen okay so ich habe ich gesehen oben sagt der blinde mann von hinten war da oben hat so kann man sowieso nicht den spiel ich wollte mal spielen weil ja ich gucke ich meine meine waffe an okay gott hat mir lange nachleitzeit ich glaube ich nicht treffen ja cool aus den droiden da muss schon eins erledigt da kommt schon ja das hat auch mal versuchen ich bin schon 11 watt mal darf ich den steuern das wäre richtig nicht ja noch nie gesteuert glaube ich denn die musik da oben sind welche keine ahnung hat die ganze bewegung scannen wenn sie da ist der weg und kurz recht für schwere ok ich habe dann gar keine da sind welche töte die ich kann mich nicht so weit drehen die ganze zeit aber droht ist wir sehen uns das nicht einsetzen wie noch beschädigt da war es schon da war schon aber läuft glaube ich nur gut also für mich nicht aber für unser team ja bitte nicht töten teilen okay das hat die hohen dingen die haben uns fast gar nichts abgezogen ist ja 380 ist nicht viel aber er war voll ich zwei kills vorgelt betet mich an ich komme aber irgendwie nicht nahe genug an irgendwas heran das hat gefühl man sollte ich mal da durchlaufen was macht der nach ich liebe solche eben schon schlappen ich habe mich an da und rennen und sehen wie ich bin du hast jemanden getötet einfach nicht mehr dass ich weg geduckt im letzten moment hier waren die feuer was denn was denn das ist vollgemacht Ah, läuft doch noch bisher. Ah, sehr gut. Ja, das ist irgendwie was, weil ich auch so red für das blu irgendwie erwarten würde. Einfach irgendwo in Ecke und heulen, oder? Ist aber dann statt zu kämpfen. Ja, komm, wir können mal gewinnen, ne? Ja, aber wir haben noch 76. Wir kriegen ja, glaub ich, 50 zurück, ne? Oh oh, ein neuer Fein ist eingetroffen. Okay. Hält oder was? Oh. Oh Gott. Wir haben alle irgendwie irgendwo sich schon positionieren, ne? Ja, ich bin unbesiegbar. Oh mein Gott, die positionieren. Oh Gott. Könnte ich meinen, das sind echte Spieler. So viele Leute haben rumfliegen oder was? Meine Leute da oben sind alle in diesen Häusern drin oder auf den Wänden oder positionieren sich voll gut. Aber hier ist schon besser, jetzt auf enger Raum, engen Raum. Warte, da sind wir weggeflogen. Geh du vor. Da müssen wir... Ich muss jetzt einen Werft-Ganaten lassen. Ja, so langsam wird's ein bisschen. Dann den sektor muss ich töten. Ja, stimmt. Ich habe das Ding. Hellnachts-Opfer-Spieler beschädigt. Warte mal, das ist nicht gut. Ich habe voll vergessen, dass ich nicht mehr Minigun, da ich nicht die Minigun, sondern dieses voll heiße Geschütze habe. Ein Ball hat gerade jemand. Alles kalt im Sumpf getötet. Neuer Feind. Maximale Gefahrersuche. Neuer Feind. Oh, gut gesehen. Die Republik hat ein MTT beschädigt. Ja, wir sind aber noch im Leben. Was ist denn? Ein Affe. Da sind wir da rein. Das Schiff schützen und sprengt ihre Kontrollzentren. Da sind die Vorgaben. Das Schiff. Die Dinger. Die Dinger. Das Abortieren. Wir können eigentlich nicht einfach drauf schießen, ne? Unseren Juggernaut-Dinger, ne? wir sind ja ich darf man halt geht ein größter fähig hatte ich wollte mal den maul ich schaue so wie der anderen aus dem maul gibt dieser blöde auf überfahren oder trampelt ich werde nie im leben genug punkte haben zusammen schrauben um die freizuschalten ja ich weiß steht auch schwerer ich will ja auf der wende ja so ein typ ich muss immer alles gleich gleichmäßig hier so hochleveln noch zweiter müssen warten was geht ah da bist du und einer gerade jogger da kann er rollen schreibt doch nicht so da wäre er durch wenn wir durch sind wir fertig haben wir den krieg gewonnen okay ich gehe einfach nicht her durch das ist mein bunker der fliegt bestimmt gleich in die luft mit mir sind wir jetzt schon okay hier komme ich ja wieder raus findet hier der krieg statt doch mal nicht wollte ist aber auch die doch waren wir sind am gewinnen das ist doch gewinnen und ich habe vor nicht dazu beigetragen was du ihn schon in der zeit warum kann man nicht also ihr kommt nicht vorbei dann kommt nicht geht immer noch weiter aufschalten die sind schon ab stimmt das ist eine stelle zerstört stimmt das war ja auch warum ließen die schon in republikzeiten aufstellen zerstört er ist nicht gerade geiler name für eine republik halt die frieden bewahren will und sohne ich hab gerade die dd dinge gehört aber warte nur bis ich den abhanger bekommen Ich finde die Waffe richtig kommentiert Ich will auch mal Das war total Meiler Hey, Weiler und Kylo Ren Ich hab so weit von die Ender nähe Lange seit ich freig bin, oder? Yola Yola gesehen Das ist natürlich einer da irgendwo Ein paar Meter entfernt Ich bin da auch nicht weg Das könnte man ja auch in Helden für Schurken irgendwie die Helden hochleveln Naja, so muss ich mir jetzt nicht darum Gedanken machen Und Ah Feuer Aber das war die ganze Zeit Hinter die ganze Zeit heute Aber ehrlich Ich kann schon Ich habe 500 Punkte bekommen Was Ja Komm Wir haben sie ganz Zeit so gut geschlagen Danke Oh Gott Ich wollte bloß nicht runter Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich habe mich gesehen, oder? Noch weiter Tschüss Ich habe Angst Der ist irgendwo hier Tschüss Organisch Delayer Organer Das darf mal Du prioritierst mich Da hinten sieht gut aus Lass da hingehen Ich habe elf kills Ich habe saubert Zeig mal Wähler sein Angriffe koordinieren Ich habe voll geholfen Ich habe voll geholfen Ach, voll getroffen Runde bei den hinteren Ohren platziert Ah, getroffen So So befriedigend, wenn ich irgendjemanden hier mal töte Ah, ich renne durch Niemand hier Boah, ich schreck mich nicht so, Vader Da ist einer Außer Da haben wir die Rot Aha Ich wollte eine siegesgranate auf den boden werfen Ja Schön schöne wenn ich mal gewinne hat so was schönes sehr viel hoff auch keiner und ich habe noch 400 kreis bekommen ehrlich habe ich irgendwie was freigeschaltet so ich glaube nicht machen mäßig oder sohne nächster war wahrscheinlich gut will ich mal hier allerdings raumjägerschlacht machen nix bekommen aber noch kein geld um irgendwas zu kaufen jahr tally lindra erst hat war entweder serieus oder chewbacca und ich mir ein nächstes mal sagen ich würde sagen schon back aber ich habe noch nicht gut also habe ich sagen der fahrt hier geht zu ende und in der nächsten folge werden wir dann wahrscheinlich raum schlachten erst mal ausprobieren oh gott das wird lustig in dem sinne hat gefunden hat bitte hinterlasst einen like ein abo ein kommentar und da sehen wir uns in der nächsten folge wieder dankeschön für zuschauen und schau schau